Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Oh, Shen. Teamfight Tactics. Scheiße, ich hab den Shen nicht gekriegt. Äh, mit mir dem Fear Scream. Ja, wir zocken wieder. Wir sind immer noch Gold. Wir haben uns da irgendwie so... naja, er hat ja schlecht jetzt recht durchgerettet durch die schwere Phase, wo ich fast abgestiegen wäre. Und ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen mal den Weg nach oben anstreben, Richtung Platin. Ich hoffe, ich finde die Zeit dafür. Wobei ich eigentlich mit Gold auch schon recht zufrieden bin. Jetzt habe ich den Varus mit einem Item, was mir gar nicht so gut gefällt. Und auch hier unten ist nichts, was ich spielen möchte. Oh ja. Ich muss mal schnell auf das Schnelle. Auf das Schnelle, auf das Schnelle. Aha, aha, aha. So. Haben wir schon mal ein bisschen den Bestien-Buff in Position gebracht. Ich muss doch mal schnell meine App aufmachen. Die leider immer noch nicht geupdatet ist. Das heißt, ich habe diese neuen Items immer noch nicht dabei. Finde ich nicht ganz so geil, aber naja, was soll's. Man muss ja halt einfach drüber halten, dann sieht man ja auch, was es ergibt, aber so weiß man, okay. Ah, ich brauche jetzt noch das oder ich brauche jetzt noch das. Und wieder was Blaues. Ohne Träne. Was gibt denn Träne und... Ah, schönes Item. Aber nicht das, was ich auf ihn haben möchte. Da bringt es mir rechtlich wenig. Das bräuchte der Warwick da vorne. Hier unten ist auch nichts, was ich haben möchte. Hm. Hm. Doch das vielleicht. Ja. Gott sei Dank habe ich reingeguckt. Gott sei Dank. Schade, hier ist noch ein... Ah, ich bräuchte Kohle. Komm, lass mal ein bisschen Kohle springen. Dann hole ich mir nämlich noch den Jays. Dann habe ich schon mal den Gestaltenwandler in die richtige Richtung so ein bisschen gebracht. Komm schon, lass Geld fallen, sonst fliegt auch immer Geld raus. Komm schon. Komm schon. Nein, keine Moneten. Wow, das Item ist ja mega geil. Äh, da werde ich mal ganz kurz... Ich spiele gleich gegen den echten. Das werde ich mal dem Varus erst mal aufs Auge drücken. Okay. Das Item ist auf jeden Fall mega stark. Aber auf jeder Phase, was meint der? Sehr schön. Sehr schön. Wobei ich glaube, dass Nida Lee noch besser jetzt in das Konzept passen wird als Jays. Hm. Ähm. Ja, prinzipiell möchte ich versuchen, Gestaltenwandler mit Bestienbuff so ein bisschen... So was in der Richtung zu spielen. Ähm. Weil dann hätten wir erstmal hier... Bei Jays bringt mir noch nichts. Zwei Gestaltenwandler bringen mir auch noch nichts. Wir müssen viel Geld sparen. Wir müssen schnell an die Gestaltenwandler kommen. Wir brauchen gute Items. Ähm. Und ich würde ganz gerne noch Dämonen mit dazu spielen. Durch Swain, Varus, vielleicht nur Morgana. So ist der Planwerf hier. Bestien... Ja, kann man auch machen. Kriegen wir auch alleine durch die Nadern, wenn wir die Ari drinnen lassen würden. Oh, da kam der hier ein bisschen spät, aber... Wir gewinnen das auf jeden Fall trotzdem locker. Flocken. So, vier. Nächste Runde leveln wir wieder einen hoch. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt noch was hoch kriegen. Noch einen Varus. Das wäre schon echt göttlich, wenn wir den jetzt bekommen könnten. Ah, perfekt, Alter. Ich könnte fast den Varus rausnehmen. Ich mach's auch. Shyvana das Item. Und noch einen Gestaltenwandler brauchen wir. Wir... Ich spiel noch nicht so krass auf Sieg. Also das... Mach ich glaube ich jetzt nicht. Ich könnte jetzt schon... V auf Sieg spielen. Ich hätte durchgebuttert. Würde dann noch Elise drauf stellen. Gestaltenwandler-Buff. Bestien-Buff. Und ab geht die Luzi. Alter, der hat gerade einfach mal instant meine Shyvana gewonhitted. Der Blitzcrank. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was? Shyvana gewonhitted mit dem Grab vom Blitzcrank? Was geht bei euch nicht ganz richtig, Alter? Was ist denn Dashi, wir laufen? Come on! Come on! Ich hätte gern den Löf her, aber der geht wahrscheinlich gleich weg. Ja, war ja klar. Ja komm, steck's dir in den Hintern. Das hätte man auch noch nehmen können. Wobei der Weiger auch ein Garant für harte Action ist, ne? So ist es ja nicht. Der Grab des Todes könnte man ihn auch nennen. So, jetzt holen wir jetzt erstmal den Buff. Ich will ungerne leveln. Ich will auch gar nicht ganz oben stehen. Ja Shyvana, da hast du mal richtig aufs Fressbrett gekriegt. Das ist auch so scheiße. Weil das auch schon wieder ganz geil ist. Was spielt er? Weiß er wahrscheinlich selber nicht. Okay, Attack Speed auf Brown. Elise verwandelt sich nicht mal, wer sie keine Lust hat. So, den haben wir erstmal kurz vermöbelt. Das ist auch gut so. Sie wird rausfliegen. Früher oder später muss die... Ari weg. Weg, weg. Ich glaube der hat seinen Blitzcrank. Der kalten? Ne, das ist Yordis Spieler. Okay. Und der ist auch ganz oben. Oh, sehr schön. Ich habe mich jetzt umentschieden, ja. Von der Dämonologie vielleicht weg. Eventuell. weiß ich noch nicht ganz genau. Wow, eine Sichuanie jetzt schon. Vielleicht kombinieren wir es lieber mit Frost. Eine Sichuanie ist einfach unbezahlbar gut. Kite nicht übergegen Platz 1. Er hat schon 6 auf dem Platz. What's with him? Töte doch mal den Darius. Scheiß drauf. Ich versuche es mal so. Ja, wir machen es mal so. So. Die Elise ist eh schon nicht so stark, ne. Und wenn die dann da rumgammelt mit Level 1, dann reißt die einfach mal gar nichts. War ein Vierer-Bestien-Buff. Nice. Die kam noch raus. Oh, schöne Items. Richtig, richtig schöne Items. Oh, ja. Richtig, richtig schöne Items. Richtig schmackerlac-schmackerlac-er hier, das ist auf jeden Fall mal. realizeables! Das ist auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall mal richtig gut. Das ist hier richtig guter Stuff. Das ist auf Shyvana noch drauf, Alter. Die Elise ist halt momentan einfach unbrauchbar. Ich hoffe nur, dass ich auch Shyvana kriege. Jetzt habe ich die ganzen Items da reingebörstet. Komm, bitte eine Ulti von Shichu. Ulti von Shichu, komm, da ist sie. Wow, au, wir haben richtig verkackt. Aber wechsel doch hier mal auf das Target, Alter. Komm, mach irgendwas. Ah, das gefällt mir noch gar nicht hier. Wir brauchen Shyvanas, das ist halt existenziell. Aber ist auch okay, dass wir jetzt nicht so weit oben sind. Damit kann ich echt noch ganz gut leben. Wir bräuchten noch harten Damage auf Shyvana. Irgendwas, was richtig reinschmettert. Die Ari werde ich nicht holen, weil ich eigentlich keine Ari zwingend spielen möchte. Das heißt, die Ulti kommt ganz gut. Wir brauchen noch einen Bogen für Shyvana. Wir brauchen noch einen Bogen für Shyvana. Ganz, ganz, ganz doll dringend. Und vor allem brauchen wir noch zwei Stück dringend nixens. Kommt einfach nichts. Wir haben erst drei Gestalten, Mann, da. Ah, es kommt nichts, was wir jetzt so richtig brauchen, ne? Wir sind jetzt ziemlich weit unten. Auch mit Absicht, das ist okay. Weil wir ein spezielles Item brauchen, um Shyvana wirklich start zu machen. Und dann müssen wir hoffen, dass wir sie auf zwei kriegen. Das ist echt das A und O jetzt hier. Die Elise ist einfach unnütz. Und ja, hier kommt einfach zu wenig Schaden von allem. Da fehlt der Attack Speed. Attack Speed. Und dann macht ihr auch Bäm, 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 Bäm. Und dann ist auch das Ding gegessen. So. Oh Gott, ein einziger ist drin. Zwei. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir kriegen es. Oh fuck. Yes. Yes. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's auch, glaube ich, ganz gut. Ähm. Wir haben auch Yordle Spieler. Wir müssen ein bisschen auf Magie gehen. Also vielleicht hole ich mir wirklich noch ne Morgana. Für den Dämon Skill. Dämon Buff. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wow, noch ein Warwick. Noch ein Warwick. Und das mussten wir jetzt auch machen. Um hier ein bisschen, äh, Balletto reinzukriegen. So. Damit bist du erstmal raus. Und wir warten noch. Und wir warten noch. Ist jetzt alles nicht schön, was wir hier so zeigen. Oh mein Gott. Oh Gott. Bitte fokuss dich die Shyvana durch. Ohh, oh, oh, oh. Jetzt geht's ab. Ja, ihr seht es. 2.000 damage. Das ist halt, dieses Item ist der Changer, ne. da geht es dann richtig steil so sehr schön sehr schön haben wir schon eigentlich aber das kommt weg wir spielen die tanky vorne warum halt richtig ballett wir brauchen richtig dampf jetzt damit wir haben eine ganz gute frontline man kann ich nicht raushauen auch sie für den sechster buff sie kann ich raushauen oh mein gott und die dali wird gegrabt nein die shivana man instant weg genutzt man meine haupt damage quelle ja leck mir doch die füße also die andere stadt auch weiter hinten das habe ich doch eigentlich schon alles so bedacht meine fresse also das war jetzt ja oh mein gott er geht richtung gold was goldenes und fertiges item es hat aber gut geklingelt es hat gut geklingelt ich sehe auch schon ganz alle champions dann wird er dupliziert ich brauche die shivana auf einen champion ziehen um einen sterne kopie von ihm zu erschaffen ja hilft ja nichts ich brauche sie geht hier steil gerade richtung gold haben ganz viele nahkämpfer ich brauche unbedingt die level 2 shivana shivana hat nicht geholtet komm schon scheinbar komm schon komm schon schnack weg oh wow oh 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 wow ich brauche sie da ist sie endlich Die Sichuanie nervt mich hier auch richtig, oh fuck ich muss mal ganz kurz ran das könnte wichtig sein Tut mir leid das war wichtig aber sie schnetzeln sich hier gerade so gerade so durch mit dem goldenen Warwick Der jetzt hier wirklich aufräumt und endlich mal den ersten platz geschlagen hat Wow geil 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 freunde jetzt wird rasiert statt kassiert Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen Platz Das ist auch ein geiles item Die Sichuanie auf 1 gefällt mir halt auch 0 da drin in diesem ganzen konstrukt Wow Komm gib mir noch 2 Einen noch Da ist er Oh mein goodness Oh mein goodness Oh mein goodness Jetzt geht der steil alter Jetzt rastet der Jace völlig aus Geil alter ein Gold man Wow jetzt ist mir aber auch das Glück zugefunden und ich habe aber auch riskiert Ich habe reingeguckt obwohl ich eigentlich lieber spare Aber der Jace hat gerade den meisten Damage einfach rausgeknattert Oh mein Gott ich sehe was ich will ich sehe was ich will Yes 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 Den guten alten Swain Herrlichst auch gar kein schlechtes item verwandelt Der sich schnell also zündet verwandelt Ja zündet ulti verwandelt Der Löffel wäre natürlich auch spektakulär gewesen Aber damit kann ich leben So Ich will aber nicht weiter Punkte verlieren Deswegen muss er jetzt auch schon mitspielen Das ist eigentlich ziemlich cool das item Ich mag es Der nächste Gestaltenwandler am Start Ich habe irgendwie Schiss dass sie wieder gegrabt wird Aber ich glaube jetzt hält sie auch ein bisschen mehr aus Was haben wir denn hier Jorde auf jeden Fall Oh Kartus tut immer weh Okay 4 AOE Shun Okay aber ich habe halt auch ein paar echte Granaten dabei Ja sehr schön Auf den Jace brauchen wir jetzt Wir brauchen noch einen Zepter alter Und da noch irgendwas für safe hier Dann ist das Ding Dann ist das Ding auch geritzt So Wir können jetzt eigentlich wieder Bis das Ja Ja Sag ich dann nur Noch ein Na Dann scheiße ich auf Frost Alter Ich könnte eigentlich auch jetzt schon auf Frost Eisenwesen Buff hier Scheiße Wir haben eigentlich ganz gute Tankiness Ich spiele mal so Jetzt haben wir richtig investiert Nein bitte grab alles Aber nicht Das ist gar nicht der gefährliche Schon wieder Shibana What the fuck Nein Nein sie darf nicht sterben Oh Warbig halt durch Oh Leute Leute Das wird hart Haarig hart Und krass Oh Ich hatte nichts was ich heilen kann Komme ich jetzt gar nicht gegen an Scheiße Mann ey Warum wird immer die Shibana gegrabt Das ist doch echt zum Ich könnte durchdrehen Ich muss die woanders hinstellen Verfickten Blitzcranks Mann Jetzt kann ich sie noch hier stehen lassen Oh Jetzt kommt noch ein schönes Item Für Jace Komm schon Wir Wir knöpern hier ganz schön rum Ne Also Uns fehlt noch eingestalten Wander Den haben wir aber auch schon Startler gemacht Wir müssen ein Level machen Das ist es Wir müssen ein Level machen Oder den Brown raus Wäre auch durchaus spielbar Vorläufig Okay Ein bisschen Geld Brauch ich jetzt nicht so Kohle könnt ihr euch sonst noch entstecken Leute Okay Das ist halt auch richtig geil Ach komm Machen wir nochmal richtig Schaden raus Da ist der Nah Okay Du bist raus Digga Und das müssen wir mal Irgendwelche durchtauschen Ich will nicht dass Shibana gegrabt wird Soll die Elise sterben Kacke ich drauf Da gebe ich den feuchten Pups Die wuppt hier nicht viel Nah steht eigentlich auch relativ gefährlich Da ist wieder der Todesblitzcrank Er grabbt sie wieder Ne Diesmal hat sich Elise geholt Damit kann ich gut umgehen Oh komm Schibana verwandeln Ja Jetzt wird gemetzelt Alter Ich hätte auch gerne Nadas item gegeben Ey aber ein goldener Ein goldener Jace Mit dem Attack Speed Bapp 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 Der braucht noch Attack Speed Und am besten noch irgendwas Was heilt mit Schaden Dann ist der fertig Und dann Bing 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 Dann geht es hier richtig steil Ne Wird es richtig gut So Haben wir Haben wir Haben wir Wir müssen leveln Uns fehlt es hier an Personal auf dem Feld Ich weiß nicht wie es bei den anderen aussieht Acht Sehe ich nicht wegen den komischen Leben Sieben Die Rest hat so grob sieben Außer der erste Ich muss jetzt auch besser wirtschaften Der hat auch nur zwei Oh Gott Er hat gut gewirtschaftet Voll gold ne Er hat gar nichts mehr Arme Kirchenmaus So Oh Jordel Jordel wird spannend Weil ich hab äh Sehr viel Ein, zwei, drei Er hat sechs Jordels Ach come on Oh Gott meine Shyvana Nein die wird sterben Sie ist tot Komm schon Swain Ja Wir treffen den scheiß Pisser nicht Wir treffen ihn einfach nicht Wir treffen ihn nicht Wir treffen ihn nicht Wir treffen ihn einfach nicht Behinderte Jordel Mal weiter Es kann nicht sein Wir treffen ihn einfach nicht Wir treffen ihn nicht Nein Ich sag ja Wir brauchen eigentlich noch ein bisschen was Ach scheiße Was wär Wer war denn das hier Welche Ratte Der war es nicht Den kriegen wir eigentlich glaube ich auch 30 Zehnmal Reichen Kann ich Muss Ich muss jetzt Ich darf jetzt einfach nur nicht sterben Swain auf Silber Wär noch richtig lecker Itemtechnisch hier Wär auch noch ganz cool Wenn da was passieren würde Ach der Elementar Viel Schaden Viel AOE Damage Da muss ich schnell rasieren Okay Sieht ganz gut aus Einfach meine Shyvana Ist einfach dauer tot Oh 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 Er fokust dieses blöde Vieh Anstatt hier mal Irgendwas weg zu rasieren Ach er braucht Attack Speed Oh 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 Ein Hit Ein Hit Ein Hit Sag ich euch Ein Hit auf Lissandra Oh die wär um ihr fallen Was brauchen wir an Items Wo bin ich denn Was brauche ich an Items Hier für den Warwick noch vorne Was krass tankiges Ja hätte ich eigentlich auch ganz gerne genommen Kommen nehmen wir das hier 10% Leben absaugen Ist auch immer ganz nett Und kommt glaube ich ganz gut Okay Hartes Ding hier Shyvana Kriege ich eh nicht mehr voll oder Wäre natürlich übergeil Auf Gold Aber Scheiße 12 20 5 mal 6 mal 6 mal 4 Haut nicht hin Haut nicht hin Ich brauche das Next Level Next Level Please Ich will hier wenigstens einen dritten machen Kommt schon Jungs Rasieren statt Kassieren Nein der hat mich gerade eben auch geschlagen Und Shyvana darf nicht sterben Shyvana darf nicht Wow ich ist auch tot Komm Komm Nice Vor der Ulti Nice Die schaff's Die schaff's Die schaff's Die schaff's 100 pro Shyvana rockt das Die hat Items Yes Shyvana darf nur nicht sterben Dann ist Dann ist Eigentlich alle Toddi Balodi Alter Dann Lüft Was hat denn der War der der Dingsspieler Ne Oh er kriegt das ja auch auf die Mütze Ziemlich ausgeglichene Teams Geht immer an die Verlängerung Oh nein Nicht der Jordel Der Jordel ist für mich ein riesen Problem Ach ich bin ja gar nicht genie Ich dachte schon Hier ist noch ein Brown Noch ein Na Noch ein Elise Aber Das wird nichts Einen noch Ach ich hab ja schon sechs Ich wollte ihn noch mit nach vorne stellen Der Warwick nicht so schnell stirbt Da könnte ich mir aber eigentlich auch noch eine Granate reinhauen Ach warum ist er noch hier drin Wow den haben sie auf jeden Fall richtig zerlegt Das ist Platz eins ne Also wahrer Jetzt glaube ich gleich nicht mehr Bestchen Dämonenbuff Hm das Item Macht ja nur auf Swain Sinn Wir bleiben einfach so stehen Ich denke das kriegen wir weg Durchgetankt und durchgebämmst Wenn nicht Ja Oh der vierte hat nur noch vier Leben Leute Das wird so Ja Oh Aber Shyvana wurde dreimal gegrabt Und one hit down Das ist Hab ich noch nie gesehen Never Da hab ich auch Punkte verloren Ich bin auf sie gegangen Und sie hatte die Items Und sie wurde direkt ins Gesicht Bam Zeng Tau Down Tot Ende Aus Mickey Mouse Ja easy peasy Brauch ich mich nicht mal anstrengend Ja ich kann es eigentlich bloß Swain geben Da macht es am meisten Sinn Nach Meiner Beurteilung der Lage hier Ich könnte mir auch noch was Damage mäßiges nach hinten stellen Den Kartus statt den Brown hier vorne Aber ich muss eigentlich nur so lange überlegen bis sich meine Jungs verwandeln Und das klappt jetzt gerade ein bisschen besser als vorher Items wäre nicht auch noch cool Na Na oder den Jays hier stärker machen Und mit irgendwas was ich Er braucht Heilung Der hier macht mir das Leben wirklich schwer Ich krieg den vorletzten Also grab dann nah Ja Nicht ganz so schlimm Das überlebt ja in der Regel Ja sieht sehr gut aus Ja Den zerwupp ich So wie ich das sehe hau ich den aus dem Leben raus Aber da will irgendwas nicht sterben Der Wallabier Also ich muss sagen Alle vier die hier noch oben sind Haben wirklich gute Teams gebaut Er ist jetzt raus Gut für mich Dritten Platz habe ich sicher Finde ich geil Freue mich natürlich Hier Ich meine ich spiele mit den ganzen Goals Ich glaube einer war sogar Platin Wenn ich es richtig gesehen habe am Anfang Ein oder zwei sogar war ein Platin Ähm Ja Ich freue mich Und ich habe kein schlechtes Team Ich bräuchte den zwei noch Silber Das wäre eine Sache Die würde mich noch richtig freuen Ich werde jetzt aber noch nicht reinbuttern Weil ich nicht glaube Dass ich komplett auseinandergenommen werde Er macht mir das Leben schwer mit seinen Jordels Jordels und hier schön Oh Aurelio hat ja auch noch Also er hat Jorde und Zauberer Und dann auch noch die zwei stärksten Aui Zau Jetzt komme ich auch noch gegen ihn Ah nicht doch nicht Das ist der andere Das ist der Elementartyp Vier Aue Schalt Ich muss meine eigentlich weiter auseinander stellen Sollte ich danach mal machen Oh Schiwana hat es zerlegt Das ist ganz schlecht Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Gips Brand Yes So ein Spiel Komm gib mir noch ein Swain Noch ein Geht jetzt eh um die Wurst Sind die letzten Matches Ach jetzt spiele ich gegen den Jorde Mit den Zauberern Das ist das Harte Er steht auch echt gut da Ich muss mich mal umpositionieren Jetzt jagt er hier komplett seine Ulti gleich durch Kann mal bitte einer den Kartus töten Wow Die Ulti von Von Weiger hat einfach mal Gewonshottet Das brauche ich Da wäre noch eine Schiwana gewesen Ich brauche noch drei Vielleicht wäre es das gewesen Aber Ach die kriege ich nicht mehr voll Unwahrscheinlich So Ich glaube ich gebe es nicht nah Ich gebe es tatsächlich ihm Weil er einfach gold ist Und richtig rausdrückt Komm gib mir noch den letzten Swain Habt ihr nicht so Gib mich Swain Komm schon Komm schon Komm schon Da ist er Da ist er Nein Fuckity fuck Yo Ach man Ich hab mich wieder nicht umgestellt Ich so schnell hier Auf den letzten Meter Okay Sieh schon mal raus Wow Diesmal hat mich irgendwas Übels zerrubbt Scheiße Das war's Shit Alter Aber Waren schöne Spiele Muss ich sagen Hat mir ganz gut gefallen Also Ja Was soll ich sagen Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben rein Schmettern Wir sehen uns hoffentlich Im nächsten Part von Teamfight Tactics Und mir die Filski Und Ja Lasst uns hier einfach Ich würde es zugucken Ach eigentlich nicht Ach komm ich hier raus Ja Okay Also Daumen nach oben Gerne kommt gerne in meine Livestreams Könnt gerne in meinen Discord reinkommen Ich freue mich immer über nette Mitspieler hier Die mit uns zocken wollen Ja 17 Punkte Verdammt Macht's gut Euer Filski Bye bye